Tony Garn und Alex Pettifer lassen sich scheiden. 2020 geben sich der Schauspieler und das Model romantisch das Ja-Wort. Vergangenen Juni erneuern die beiden in Griechenland ihr Ehegelübde. Doch seit einigen Wochen hält sich das Gerücht, dass sie getrennte Wege gehen. Diese bewahrheiten sich, denn die 30-Jährige gibt im Netz ihr Ehe ausbekannt. Alex und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Um ihre Tochter wollen sich der Brite und seine Ex weiterhin gemeinsam kümmern. Wir werden unsere Beziehung als Freunde und gemeinsame Eltern unseres Engels Luca weiterführen. Im Gegensatz zu der gebürtigen Hamburgerin schweigt Alex bisher zu den Neuigkeiten. Es bleibt abzuwarten, ob er sich noch bei seinen Fans melden wird.